Wir haben auch bis auf dem letzten Platz voll. Hier haben wir ein kleines Wienerisch. Nur witzig, so? Nee, weil wenn mich schon jemand so auf dir draufsucht, witzig, witzig, witzig. Auch schön frischlich ist das dann, oder? Nee. Wenn derjenige aber 200 Kilo wiegt, dann macht das so. Hatte ich einmal einen Flug nach Bangkok. Oh, ja, mein Flug ist ja ganz schön. Aber wenn wir sich in den Start wollen, tun wir da wieder rein, oder? Ja, ich weiß nicht. Oh ja, du musst jetzt auch laufen. Ui. Und hier die Luxuskarossen? Oh, herrlich, Lamborghini. Herrlich, was es hier alles gibt.